Ladung hier freischalten, genau. Da haben wir dann mindestens einen explosiven Schuss. Also gut, ich behalte die kleine Na bei mir und pass auf sie auf. Ah, mir ging's super bevor du und Cranky, der japanische Robotermann, aufgetaucht seid. Dein Name ist Ishii. Ach gut, ich bin Trishka. Okay. Great. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Wieso, bin ich so schlimm? 10 Tschüss. 10 Tschüss. 10 Tschüss. 10 Tschüss. So. Jetzt. Ero. Auf Wiedersehen. Hey. Hat doch jemand von unten drauf geschossen, oder? Komm her. Komm her. Und auf Wiedersehen. Und du auch. Tschüss. In Slow Mo. Oh. Wie das sich wohl anfühlen müsste, wenn man eigentlich weiß, dass man gleich tot ist. Und tschüss. Oh. Da war der falsche. Und tschüss. Oh. Ah. Ist doch mal ein Bot gewesen. Was ist denn das? Wer sagt hier irgendwas über Gewitterstürme? Ich dachte, da wäre so ein Generator kaputt gewesen. Da ist ein Loch. Oh. Oh. Ob wir hier weiter gehen müssen. Oh. Oh. No. Wer hätte das gedacht. Der einzige Weg führt durch diese Räder. Toll. Wir haben mal los. What? Durch diese Räder? Cool. Na. Auf Wiedersehen. Mahlzeit. Ersterkrank. Ersterkrank. Auf Wiedersehen. Hopp. Die sind ja cool, die Räder. Es sind wieder ein, welche von diesen, die nicht aufgezeichnet sind, von den Kills hier. Glaube ich. Denk ich mir nicht. Das machen wir jetzt. Eine Peitsche. Wow. Schwachkopf. Das ist ein magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Dampf zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Okay. Mahlzeit. Und tschüss. Mahlzeit. Okay. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Schützt mich, meine Leute. So. Hä? Gehen wir hier vorbei. Yay! Wow! Das hab ich nicht gesehen, dass der da Hochspannung hatte. Und tschüss. Hier ist Feuer. Und tschüss mit dir, Mahlzeit. Und tschüss. Und tschüss. So. Am besten immer noch. Und tschüss. Und tschüss. Du kannst dich später beschweren, dass ich dich gerettet habe. So. Oh. Weiter, 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 weiter. Ich merke schon, das wird hier alles kaputt gehen. Und jetzt? Genau. Ich muss hier damit noch einen abknallen, während der da drin ist. Genau. Feuerball. Oh. Okay. Hey, was passiert jetzt? Was hab ich dir gesagt? Wie sieht denn da los? Äh. Genau, das hab ich auch gedacht. Wir müssen hier weg. Äh. Ja. Er springen. Wuiiii. War mir klar, dass so was passiert. Oh oh. Hey. Oh tschüss. Wo? Da oben. Ja. Mann. Und jetzt? Noch mehr wohl, Jess. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ist das etwa dein toller Plan? Du hast uns in die Scheiße geritten. Ich hab uns nur wieder rausgezogen. Hopp. So. Wir schwimmen. Okay, cool. Äh. Ich seh hier überhaupt nichts mehr. Überall ist dieses Wasser. Oh oh. Es halten. Okay, ich glaub, man kann sich da nicht festhalten, wenn sowas passiert. Aber da ist ja nur so spontan ein bisschen gesagt. Oh. Der einzige Weg. Betäube den Gegner mit einer Salva aus einem PMK, während du ihm näherst, um ihn endgültig zu erklären. Der einzige Weg. Vierter Akt, Kapitel 1. Okay. Leer, bloß da weiter. So. Boah, war das Scheiße. Ach nee. Aber einem Genie, wie dir bei Problemlösen zuzusehen, ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Karnchen Wahrheit. Ich hab die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall. So heißt Ischis Aftershave. Ein Teammitglied ist abgestürzt. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben eine Peitsche. Hat er seine Position darin gespeichert? Rauf auf die Brücke. Dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Eine Möglichkeit, darüber zu kommen? Ja, glaub schon. Hauptsache, du bist dabei leise. Nein. Das. Davon gehe ich mal jetzt hundertprozentig nicht aus. War das leise genug? Okay. Okay. Das ist, das ist, das ist. Das ist Overkill, ja? Das war Overkill. Das hab ich nicht gemacht, ja? Das ist nur, weil diese Explosion, diese Explosion, diese Explosion da war. Damit hab ich nichts am Hut. Das könnt ihr mir nicht vorweisen, dass ich das war. So. Was haben wir denn hier? Nein. Das wollte ich ja nicht machen, genau. Ähm, Internation kaufen. So. Genau. Ich möchte gerne die hier als rechte Waffe. Genau. Und jetzt hab ich den. Nein. Als linke Waffe. Guck mal, Upgrade ist nicht mehr verfügbar. Okay. Ähm, glaub ich doch. Ja, die möchte ich aber nicht mehr haben. Genau. Ich nehm die Flägel gerne. Aus dem einfachen Grund. Ich muss ja irgendwann noch. Ja, ist das nochmal. Ähm. Diese ganzen Käfer auf einmal zerstören. Und ich denke, mit den Minen kann man das so am besten machen. Ich muss ja auch gerne schießen, wenn ihr bereit seid dafür, ne? Ich dachte, diese komischen Dinger an der Seite machen da irgendwas. Aber anscheinend ja nicht. So. Einen haben wir damit. Zwei haben wir. Den Nachbrenner. So. Wo sind jetzt die ganze Waffe? Gib her. Okay, was auch immer das gemacht hat. Was macht denn das? Oh. Ups. Sniper. Gehen in Deckung, gehen in Deckung, gehen in Deckung. Oh, mit Spice. Sniper. Ja, und jetzt? Oh. Oh, wow. Guck mal, ich kann hier durchschießen und der nicht. Wie cool ist das denn? So. Das ist jetzt die Frage. Was ist, wenn ich... Nein. 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 Damit hat sich meine Frage beantwortet. Eingekillt. Gut. Ich hab aber das hier. Ich hab mein Versteck. Da könnt ihr nicht durch. Okay. Das Problem ist nur, ich hab gleich bald keine Munition mehr für meine Waffen. Ich könnte natürlich jetzt auch meinen Sniper wechseln. So. Ja, genau. Was muss ich denn mit diesen Explosionskugeln hier machen? Neu. Lass die Kugel explodieren, damit sie das Ziel schon vor dem Einschlag tötet. Lass zwei oder mehr Gegner, zwei oder mehr fliegende Gegner töten. Einen kontrollierten Gegner mit geladener Kugel, bevor er explodiert. Okay. Und linke Maustaste zum Zünden. So. Free Drive. Genau. Damit haben wir auch schon wieder ein paar Punkte gut gemacht. So. Dann gehen wir jetzt rüber hier. Gut. Sehr gut. Komm, gib die Waffe her. Gut gemacht, Ischi. No Skates. Ja. Danke, dass du mir sagst, wie ich in die Ocke gehen kann, nachdem ich die ganze Zeit immer gesagt bekomme, gehe in Deckung. Oh, Blut. Ah, noch mehr Blut. Immer mehr Blut. Ja, ich möchte gerne, ja, rüberklettern. Ich slime. Äh, zerstören scheint mir sehr gut. Manchmal ist Zerstörung der einzige Weg. Wenn du meinst. So. So, damit kaufen wir uns mal hier auch die Ladung so ein bisschen. Aber das Wichtigste ist. Ja, ich hab die da voll. Oh, okay. Wer hat das gedacht? Ich spare ein bisschen. Falls die anderen jetzt auch irgendwann mal ihre Spezialitäten bekommen. Hier irgendwo die Kiefer? Nein. Da. Ah, Mist. Ich wollte doch die Kiefer alle auf einmal. Okay. So. Oh, no. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Renos Menschenfresser. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Die Flora hier ist massiert. Ah. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Quads gefressen. Wie, kann man die erschießen? Ach so. Hey, ich dachte, ich hätte volle Munition. Ja, das geht so nicht. Ach, das ist von 600. Da. Ich hätte 21 von 600. Sorry. Meins. Mein Fehler. So. Ui. 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 Treten. Ne, rutschen. Ergreifen. Na los. Na los. Na, noch ne, oder wat? Und jetzt wieder link und rechte Maust hast, oder? Ne, gar nicht. Aber ich glaube, diese Menschenfresser werden uns ganz gut... Au. Ach so, da sind Sniper. Da ist aber kein Sniper. Hi, Ishi. Leck. Ist denn Leck? Da. Oh. Ich höre hier so welche Schreie von so welchen Blumen. Was sind die aber nur? Okay, komm her. Ich belaube dich. Okay. Und zieh. Was? Wo werde ich angeschossen? Nominiert. Für einen Oscar oder was? Oh. Und tschüss. Du Nominierter. Okay. Weshalb ist jetzt schwarz? Also okay. Aber stand ich doch schon gerade. Da ist sie. Vorsicht hinter dir. Ich habe das Gefühl, diese Skulls Bastarde folgen uns. Wir sind nicht ihr Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Wir müssen zuerst dort sein und den General beschützen. Den General beschützen. Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich habe gesagt, ich bring dich hier weg und Hey, unser Häschen ist weg. Darf. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Hey, verdammt! Lass sie runter! Geh weg von hier! Oh. Hör mir genau zu. Du post, was ich sage. Beim nächsten Verrat, breche ich dir das Genick. Macht Sinn, würde ich auch machen. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Willkommen im Park. Hier können Sie sich das Glück kaufen. Was? Echt? Okay. Rui! Neeeeeeeeet! Ne hab ich nicht. Keine Ahnung. Was? What da? Echt jetzt? Ich würde hier abbauen. Echt jetzt? Ich dachte wir haben... Sie haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Banshees! Ich höre sie! Was denn da hinten? Aha! Gucken wir mal an! Au! Okay! In Erinnerung behalten. So ein Ding nie kicken. Das tut weh. Ja, ja. Okay, gut. Solange hier nichts Neues steht, ist alles... Ah, okay. Weiß nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad? Ah, ich spiele immer noch auf schwer. Ja, okay. Da habe ich sie auf sehr schwer stellen. Ah, ich weiß ja nicht. Ich glaube, da bin ich schon mit zwei Hits tot oder so. Ah, gut, das ist keine Munizierung. Wo? Skulls! Von Links! Was ist rechts? Was ist rechts? So. Ah, der lebt ja noch! Ah, Voodoo. Oh. Irgendwie doch nicht. So. Wiedersehen. Komm, warte mal her. Oh! Oh! Komm her! Oh!